Guck, dieses Brot haben wir heute gemacht, hm? Was ich dir sagen will, ist, Brot ist Leben. Warum? Menschen töten Menschen in dieser Welt für Brot. Akzeptierst du das? Ja. Das heißt, Brot gleich Leben. Jetzt sag du mir, was ist die Steigerung davon? Gier. Gier ist die Steigerung. Gier ist nicht das Brot. Gier sind die Oliven, der Käse, der Wein unter dem Sternenhimmel. Und genau da ist der Unterschied. Wir sind hier, um besser zu leben. Der Rest der Welt wird überleben.